Wir befinden uns in der Geheimbasis von Team Flair. Vor 3000 Jahren kam die ultimative Waffe zum Einsatz und kostete viele Pokémon das Leben. Ach was du nicht sagst, das haben wir in der letzten Folge erfahren. Seit der letzten Folge passieren auch so viele merkwürdige Sachen hier in diesem Let's Play. Ich lege mein Schicksal in die Hände von Flaudelis, tu das nicht, mache mir aber dennoch Sorgen um die Zukunft. Ah, bist du etwa misstrauisch? Flaudelis hat mich gefördert und somit gerettet. So ein armseliger Typ. Flaudelis sollte auch hier irgendwo sein und ich glaube ich habe ihn eben kurz gesehen. Ist er das etwa? Gut, um ihn werden wir uns gleich kümmern. Serena ist nicht hier. Vielleicht ist sie ja immer noch draußen. All die Pokémon, die auf Rote 10 an die Steine gebunden wurden, speisen die ultimative Waffe mit Energie. Die armen Pokémon. Ey, was schaut ihr euch an? Solange nicht alle auf der Welt glücklich sind, kann auch der Einzelne nicht glücklich werden. Aber die Welt ist so groß und es gibt zu viele Menschen und Pokémon. Was willst du damit sagen? Die ultimative Waffe ist soweit. Jetzt bleibt nur noch sie mit all der Energie dieses Objekts aufzudarben. Hm, wir absorbieren nur die Energie dieses mysteriösen Baumes. Das ist alles, hier ist weit und breit kein Pokémon. Okay, da ist er, Flaudelis. Was geht, altes Haus? Ist das ein Baum? Kristallbaum oder was? Ach, da bist du ja, Serena. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Und während wir hier sprechen, bezieht sie Energie vom legendären Pokémon. Kancha, es tut mir aufrichtig leid, dass die Waffe geborgen wurde, obwohl du im Labor richtig gewählt hast. Aber in der Welt prallen viele Egos aufeinander, so wie du. Es läuft nicht immer so, wie du es gern hättest. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen, Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von viel zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderen Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider auf der Welt. Aber es gibt dir noch lange nicht das Recht, alle bis auf die von dir aus Erwählten auszulöschen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau einen Megaring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Ja, wir haben um ihn gewetteifert. Aber wenn es von irgendetwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Oder man überlässt das, weswegen man sich bekriegen tut, der Person, bei der man denkt, okay, diese Person kann wirklich vertrauenswürdig und tausendmal besser, als sich mit dieser Sache umgehen. Ich meine, man kann auch von seiner Seite aus Einsicht zeigen. Man muss ja nicht immer an sein Ego denken. Ich will, ich will, ich will, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Nee, man kann auch mal an die anderen Talente denken. Guti. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Du, vielleicht, lass mich in Ruhe, Kollege. Letzten Endes gibt es nicht genug für alle. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihre Bewohner reduzieren. Was ist mit dem Pokémon? Oh, er schwitzt. Ist das Reden so anstrengend? Wollte ich sagen, was, was, du weinst ja, warum? Wie er weint. Hat er geweint? Ich dachte, ihm war das eben etwas unangenehm, nachdem Serena gesagt hat, und was ist mit dem Pokémon? Beziehungsweise nachdem sie das gefragt hat. Und weil es ihm plötzlich unangenehm war, dachte ich, dass es ihm plötzlich so warm war, dass er angefangen hat zu schwitzen. Aber das war wieder nur meine Fantasie. Der weint wirklich? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. So ein Schauspieler. Sie sind wundervolle Geschöpfe. So ein Schauspieler. Menschen und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht. Ey, so ein Schauspieler. Aber genau deshalb werden Pokémon unweigerlich als Werkzeug zum Streiten und Rauben benutzt werden. Ich denke, Flaudi, das ist allmählich sauer auf mich, weil ich ihn die ganze Zeit unterbrochen habe. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufhalten und ich werde das nicht zulassen. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Sag mir bloß nicht, dass ich jetzt schon wieder gegen Flaudi, das kämpfen muss. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja, sein Lympho hat sich allmählich zu Vishu weiterentwickelt. Also wenn sein Lympho sich jetzt zu Vishu weiterentwickelt hat, dann hat sich höchstwahrscheinlich sein Kramox auch allmählich zu Kramchef weiterentwickelt. Mist, ich hab ein dickes Problem. Ich hab ein dickes Problem. Ich meine, klar, wir haben sechs Pokémon dabei, aber Taubsi benutzen wir nicht, weil wir es schon mal verloren haben. Galaxo benutzen wir nicht, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob wir dieses Pokémon schon mal verloren hatten oder nicht. Aber Fakt ist, es hat die VM-Attacken. Pantymos haben wir erst neulich ins Team dazu geholt, nachdem wir Barpras verloren haben. Und ansonsten haben wir Phanexis, Blue Bella und Grabbidi-Grabbit. Mist, mein Phanexis hat nur noch 115 Kraftpunkte. Mist, am Ende der letzten Folge hatte ich ja einen Kampf gehabt. Da hab ich total verplant gehabt, mich um Phanexis zu kümmern. Hm, ich würde vorschlagen, dass ich direkt Flammenwurf einsetze. Wir können das noch outspeeden. Ob es reicht, ist eine andere Frage. Reicht aus? Ein Volltreffer. Phanexis, ich liebe dich. Du bist mein Poké-Buddy. Nice. Garados? Mhm, wechseln. Also ich hatte ja schon mal Garados neulich mit Labras erledigt gehabt, aber Labras haben wir jetzt nicht mehr da. Blue Bella. Eisharm wäre blöd, Sprungfeder wäre blöd. Grabbit. Hm, ich glaube, ich gehe wirklich raus zu Blue Bella. Ich weiß eigentlich, was ich machen soll gerade. Vielleicht kann ich mit Blütenwirbel etwas bewirken. Heftig. Bedroher, okay. Kein Problem. Gut, dass wir nicht zu Grabbit rüber gegangen sind. Das wäre ein bisschen fatal. Hm, na, Blütenwirbel. Es ist auf dem 51. Level. Ätzend. Wutanfall. Blöd. Richtig blöd. Ja, gut. Gut. Der Damage ist jetzt nicht so wenig, aber auch nicht so viel. Wir haben Überreste am Start. Ja, mit Blütenwirbel machen wir nicht allzu viel Damage. Wobei, ein Augenblick. Blütenwirbel war doch eine physische Attacke, wenn ich mich zu Recht erinnern kann. Blütenwirbel war eine physische Attacke, das bedeutet der Angriffs-Drop von eben ist auch dennoch nervig. Ja, richtig blöd. Ja, dann setze ich mega so rein. Oh, nee. Also, Garados sollte ich jetzt definitiv nicht unterschätzen. Ich mache weiter mit Blübella. Lass Garados uns noch attackieren mit Gutanfall und warte darauf, bis es verwirrt wird. Verwirrt wird. Oh, heftig. Boah, so ein minimaler Damage. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wobei, ich muss ja erstmal zusehen, dass ich Garados, äh, beziehungsweise dem Garados so viele Kraftpunkte wie möglich abziehe. Vielleicht gehe ich dann raus zu Pantymos, um Blübella zu retten. Und wenn Pantymos dann KO geht, gehe ich rüber zu Phanexis und besiege Garados mit Psychokinese. Ich gebe definitiv dem Blübella jetzt schon mal einen Hypertrank. In der letzten Folge hatte ich darauf verzichtet gehabt, dem Labras einen Hypertrank zu geben. Und was ist passiert in den nächsten Sekunden? Hä? Was ist passiert? Labras ist weg. Labras hat verloren. Das war kein guter Move. Aber wegen Spannung und so. Heftiger Damage. So, da ist die Verwirrung. Da ist die Verwirrung. Gut. Hypertrank, darauf verzichte ich fürs Erste. Zu Phanexis traue ich mich gerade nicht raus zu gehen. Wegen Kaskade. Oder wegen irgendeiner Wasserattacke. Jawohl, es hat sich selbst getroffen. Und wenn ich es jetzt noch vergiften kann, dann ist das mega cool. Mir geht es gerade nicht um den Damage, sondern nur um die Vergiftung. Ah, schade. Mist. Was soll ich tun? Wenn es sich jetzt noch einmal verletzen kann, dann wäre es mega cool. Okay, es ist noch verwirrt. Nein, es setzt schon wieder Wut am Verleihen. Also langsam wird es kritisch. Oh, war das ein Volltreffer? Nee, ich muss dem Blubella nochmal einen Hypertrank geben. Pantymos jetzt auch auf blöd aufzuopfern, ist auch nicht so sinnvoll, bin ich der Meinung. Beziehungsweise es jetzt schon aufopfern zu lassen, ist nicht notwendig. Vielleicht wird sich Garados jetzt selbst treffen. Oder es bekommt Top-Genesung. Es ist nicht mehr verwirrt. Aber bald wieder. Bald. Okay, so wie viele Kraftpunkte verlieren wir jetzt? Oh, Volltreffer. Mist. Ätzend. Ich muss dem Blubella definitiv nochmal einen Hypertrank geben. Oh, irgendwann werde ich mal eine Nasslock-Challenge machen, in der ich keine Tränke benutzen kann. Oder darf. Dann bin ich mega gespannt, was ich machen werde. Heftig. Ich freue mich schon auf diese Challenge. Das könnte ich vielleicht zu Pokémon Y machen. Die Idee geht mir gerade so durch den Kopf. Langsam reiß hier. Verwirrung ist da. Super. So. Soll ich jetzt auf die Verwirrung hoffen? So, dass es sich selbst trifft? Oder soll ich attackieren und darauf hoffen, dass ich keinen Volltreffer abkriege? Volltreffer wird Blubella kämen. Ich riskiere es wieder. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Jawohl. Es hat sich selbst verletzt. Gut. Gyarados ist immer gefährlich. Egal, ob man es als Gegner hat oder ob man selbst damit unterwegs ist. Ich habe die Erfahrung in Pokémon Mond zum Beispiel in der Pokémon Liga gemacht. Oder in Pokémon Saphir, ebenfalls in der Pokémon Liga. Gyarados geht ab. Pyroleo. Ja, da müssen wir definitiv flüchten. Rüber zu Grabbit. Das sollte auf jeden Fall eine kluge Entscheidung sein. Ich meine, Pyroleo können wir ja mit Schaufler sehr effektiv treffen. Und daher passt das gut. Anspannung. Ja, wir haben keine Bäre. Es sei denn, Grabbit hat irgendwie eine Bäre gefunden. Okay, alles klar. Es hat nicht dasselbe Geschlecht wie Grabbit. Ich werde direkt Schaufler einsetzen. Hui, es ist schneller. Und die Attacke ging daneben. Feuersturm sollte man nicht unterschätzen, Leute. Es ist eine richtig starke Feuerattacke. Bei Pyroleo ist das sowieso eine Step-Attacke. Oh ne, das reicht nicht aus. Heftig. Heftig, heftig. Ich habe gerade überlegt, ob ich Roksu-Keeper einsetzen soll. Ui, 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 ui. 70 Kraftpunkte verloren. Nicht wenig. Nicht wenig. So, jetzt müssen wir treffen. Jetzt müssen wir treffen, Grabbit. Du musst treffen. Jawohl. Gut gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommt das letzte Pokémon. Entweder hat er jetzt Kramox oder Kramchef am Start. Aber ich gehe davon aus, dass er Kramchef dabei hat. Ich meine, wenn sein Lympho sich schon zu Bishu weiterentwickelt hat. Ja, warum soll sich dann Kramox in der Zwischenzeit nicht zu Kramchef weiterentwickelt haben? Ja, was mache ich jetzt? Weiterkämpfen? Oder? Ja, heftig. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Kramchef ist auch so ein Pokémon, welches eine Kampfattacke drauf haben kann. Das wäre fatal für Grabbit. Lubella wiederum hätte ein Problem mit Flugattacken. Wenn Nexus hätte wiederum ein Problem mit Undichtattacken. Und Pantymos, ja. Pantymos könnten wir vielleicht hier in den Kampf reinschicken, damit wir uns um die Pokébuddies kümmern. Aber das bedeutet auch wiederum, dass wir Pantymos verlieren würden. Das ist gerade richtig eklig, die Situation, in der ich mich befinde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Kramchef outspeeden könnte. Ich könnte ja versuchen, das Pokémon mit Sprungfeder zu attackieren. Um es eventuell zu paralysieren. Okay, es ist auf dem 47. Level. Dennoch gebe ich dem Grabbit erstmal einen Hypertrank. Nicht, dass da eine Kampfattacke kommt, Leute. Und das war es dann. Oder nicht, dass Kramchef mich jetzt outspeedet. Dann habe ich... Uiuiui, dann habe ich wirklich ein dickes Problem. Ist nicht so einfach, gegen so ein Flordides hier zu kämpfen. Nachthieb, okay. Das sollten wir eigentlich gut wegstecken. Joa, 38 Kraftpunkte. Ne, 48. Ja, Mathe musst du können, Kanscha. 40, 60, 8, 75. Ja, 48. Okidoki. Bei der Mathe solltest du lieber können. Beziehungsweise solche Rechenaufgaben. Uiui. Okay, es... Grabbit ist am Fliegen, das ist so lustig. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur hochgesprungen. Oh, Paralyse. Iii, ein Volltreffer. Keine Paralyse. Heftiko. So. Als ob ich mich pranken lasse. Auf einmal kommt da eine Kampfattacke. Und das war es dann komplett. Weil ich würde sehr gerne Rückkehr einsetzen. Jetzt ist die Frage, ob ich... Doch eigentlich sollte ich... Mit Rückkehr Kramchef besiegen können. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich probiere es mal aus. Jawohl. Ich meine, es ist auch eine Step-Attacke. Freundschaftsmäßig. Verstehen. Grabbit und wir uns sehr, sehr gut blendend. Kraft, sich für eine Sache einzusetzen. Aber wofür setzt du dich ein? Für eine Zukunft, die nur noch schlimmer wird als die Gegenwart? Wart es doch ab. Vielleicht machst du sie ja gerade schon mal mit deinen Taten in der Gegenwart. Beeindruckend. Du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Wir runter in den ersten Stock und siehe es dir mit eigenen Augen an. Es ist überhaupt nicht zu spät, ja? Gehen wir das legendäre Pokémon suchen, Kancha. Aber ein stärker Trainer lässt sich nicht nur von seinen Pokémon beschützen, sondern beschützt diese umgekehrt genauso. Sieh nur, da hinten geht es runter zu den anderen Stockwerken. Okidoki, Serena. Kommst du nicht mit? Wir sind Freunde. Wow. Das wird höchstwahrscheinlich mein Thumbnail für diesen Part. Aber wo sollte ich am besten stehen? Hier vielleicht? Oder doch hier? Nee, in der Mitte am besten. Hier so. Hammer. Mist, mein Gesicht kann man nicht sehen. Aber so sieht das auch cool aus. Gut Leute, das Thumbnail ist schon mal fertig. Beziehungsweise der Hintergrund. Äh, bevor ich hier auf Kancha-Style rücksichtslos ohne nachzudenken rumlaufe, sollte ich mich nochmal hier um die Poké-Buddies kümmern. Ne? Das wäre nicht verkehrt. Und ich wollte mir nochmal die TMs anschauen. Ich wollte gucken, ob ich Donnerblitz habe, weil diese Attacke wollte ich eigentlich Labras beibringen. Aber mal gucken. Dennoch will ich das einmal verprüfen. Beutel. So, TM. Da. Da sind die ganzen TM's, die wir bis jetzt gefunden haben. Nicht wenige. Donnerwelle haben wir, okay. Da, da ist Donnerblitz. Nice. Zauberschein. Lubella kann Zauberschein. Ist ja nice. Okay. Erdbeben. Haben wir Erdbeben? Darauf habe ich eben gerade nicht geachtet. Ne, sieht nicht danach aus. Aber um die ganzen TM's wollte ich mich sowieso nochmal in einem speziellen Part kümmern. Also ich wollte nochmal einen extra Part aufnehmen, wo wir all die restlichen TM's suchen und finden werden hoffentlich. Und all die TM's, die wir bis jetzt gefunden haben. Ich könnte ja sogar sehr gerne einmal in die Kommentare einmal schreiben, wo und wie wir die TM's, die wir bis jetzt haben, gefunden haben. Falls der eine oder andere sich dafür interessiert und den Pokémon X und Y gerade irgendwie alle TM's haben will. Beeilen wir uns. Okidoki. Ach, sie verfolgt mich. Wir müssen euch bitten umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denen das, du Idiot? Ich fasse es nicht. Wie kann man nur so blöd sein? Stimmt. Wo ich jetzt darüber nachdenke. Ja, ich würde sagen, dass er kein Idiot ist. Tut mir leid. So ich will, dass ich das gerade gesagt habe. Ich nehme das gerne zurück. Das ist aber nett von dir. Ne, du bist sogar der Vorstand. Der juckt mich ehrlich gesagt nicht. Lack? Nein, das ist kein Lack. Auch wenn ihr das selber jetzt spielt. Auf dem 2 oder 3DS. Ist da so eine Zwischenpause. I don't know why. I don't know. I don't know, Leute. Cleopada. Also ich mag Serena. Aber ich verlasse mich nicht auf sie. Deswegen werde ich mich selbst um Cleopada kümmern. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mit Flammenwurf Cleopada direkt kehren könnte. Und ob Cleopada eventuell Tiefschlag drauf hat. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mein Phanexes rausnehmen würde. Ob es Verfolgung drauf hat und diese Attacke einsetzt. Dann sollte ich ein dickes Problem haben. Ich muss es riskieren. Ab jetzt wird es knifflig, liebe Leute. Aber so ist das. Auf wen? Du Verräter. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Heftig. Das gibt es nicht. Was war denn das? Toxic-Quack-Tiefschlag auf Phanexes. Wieso kommst du denn von der Seite jetzt? Heftig. Ja gut. Ja, super. Sehr gut. Oh, Tiefschlag. Hör doch auf. Auf. Phatea. Ja, da schlägt er auf seinen Kopf. Ihr Rotznasen. Ihr tragt ja noch nicht mehr Anzüge. Wieso richtig aufeinander abgestimmt seid ihr zwar noch nicht? Doch ihr seid verdammt stark. Yes. Oh. Schönes Bild. Sirena, kannst du dich um meine Pokémon kümmern? Ich kann Flordinis Argumente nicht verstehen und seine Vorgehensweise absolut falsch ist. Sirena, wieso kümmerst du dich nicht um Phanexes? Gut. Phanexes. Kanscha hat Hypertränke am Start. Mach dir keine Sorgen. Ja gut. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter. Was habt ihr zu sagen? Es stimmt. Im Inneren unserer Geheimbasis-Bilden. befindet sich das legendäre Pokémon, aber seine Energie wird von der ultimativen Waffe abgesaugt. Die Berge von Carlos nach dem schlafenden legendären Pokémon abzusuchen war rein zur Schwerstarbeit. Der ganze Dreck hat meinen schönen weißen Anzug komplett ruiniert. Eigentlich wollte ich in dieser Naslock-Challenge kein legendäres Pokémon benutzen. Aber das hast du ihm gerade schon gesagt, Sirena. Aber ich habe nur noch drei Pokémon. Und das sieht nach einem weiteren Kampf aus. Wisst ihr was, Leute? Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier das Spiel abspeichern und hier einen Cut machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange oder wie viele Kämpfe wir hier noch absolvieren müssen. Weil je mehr Kämpfe, desto länger werden wir hier unterwegs sein. Und bevor dieser Part allzu lang wird und Sirena hier durchdreht, weil sie vielleicht eine kleine Pause braucht, machen wir einfach einen Cut und speichern ab. Im nächsten Part geht es von hier aus weiter und mal gucken, ob wir demnächst endlich dieses legendäre Pokémon finden werden. Fangen werden wir es auf jeden Fall, aber mal gucken, was wir damit machen werden. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute. Bis zum nächsten Mal.